Leipzig, nach 55 Jahren voller Leidenschaft, Träume und Erfolg kehrt Peter Maffay der großen Bühne den Rücken und lässt eine riesige Fangemeinde zurück. Doch erblickt in der ARD-Doku Maffay, zum 75. Geburtstag von Peter Maffay auch auf ein Leben fernab des Showbusiness, welches der 75-Jährige viel zu lange vernachlässigt hat. Kurz nach dem Mauerfall stand der Sänger das erste Mal in Leipzig auf der Bühne. Diese Kraft, diese Zuversicht, dieses Glücksgefühl, für Maffay sei selten etwas so überwältigend gewesen. Nie mehr im Leben so schnell gesungen und so schnell gespielt. Das war eine Kraft, die kam auf uns zu und die haben wir aufgenommen und versucht zurückzugeben, erinnert er sich an den 11. Juni 1990. 34 Jahre später beendet der gebürtige Rumäne in der Messestadt dann offiziell seine Bühnenkarriere und rauscht auf seine Halliday-Witzen davon. Nach 55 Jahren Überholspur sind jetzt auch mal ein paar Nebenstrecken dran, resümiert Maffay. Neben ihm sitzt seine Frau Hendrikje Balzmaier. Die geborene Hallenserin lernt Peter 2015 auf einem seiner Konzerte kennen. Damals war die 37-Jährige nur sein Fan. Jetzt ist sie seine Frau und die Mutter seines jüngsten Kindes Anouk. Karriere zulasten der Familie. In meiner Kindheit war mein Vater wenig da. So sein Sohn der zweifache Vater hat nicht immer Zeit für das Familienleben. Das muss vor allem sein Sohn Jahres, 20, schmerzlich feststellen. In meiner Kindheit war mein Vater. Wenig da, sehr wenig, erzählt Jahres. Jetzt, so beteuert Maffay, hole er die verlorene Zeit auch mit seinem Sohn nach. Seine Karriere verlief steil, das macht ihn allerdings auch zu einer schwierigen Person samt Star-Allüren, erinnern sich seine Teammitglieder, die nicht selten die Stimmungsschwankungen und Wutausbrüche ertragen mussten. Ich hab eine Zeit lang sehr exzessiv gelebt. Alkohol, das ist meine Droge gewesen. Ich hab gesoffen wie ein Loch, erinnert Maffay sich an die Zeit zurück. Mittlerweile zähle das zur Vergangenheit, genau wie seine große Karriere. Doch eines möchte Hendrik hier noch feststellen. Ich hab nie gesagt Peter, hör auf Musik zu machen und ich fand das total schön, dass er das selber für sich entschieden hat. Doch Maffay ergänzt, dass ihn die Musik auch weiterhin durch sein ab jetzt verdient ruhiges Leben begleitet. Die komplette Doku Maffay, zum 75. Geburtstag von Peter Maffay könnt ihr euch am heutigen Freitag ab 22.20 Uhr im Ersten ansehen oder schon vorab in der Mediathek. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017